Eine Joe-Line, eine attraktive Kinnkontur bei Frauen zeigt Vitalität, zeigt Lebendigkeit, zeigt ein hohes Maß an ästhetisches Aussehen und das Ganze ohne OP. Die Joe-Line-Behandlung inzwischen hier ist schon fortgeschritten und man sieht hier eine schöne Kinnkontur, die dann die Vitalität der Patientin zeigt. Die Patientin ist zufrieden und kommt zehn Tage nach der Behandlung nochmal zur Untersuchung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017